Quashite Standard! Yay! Das ist selber, das Rebel. Und anmoderieren, ne? Also ich nehm jetzt nicht auf, nur wenn was Episches passiert. Aha. Alter, ich hab so eine Festplatte voll. Ich hab noch 8 GB. Ich muss noch mal 40 GB. Erstmal hab ich den Black Screen of Death. Willkommen! Willkommen! Jetzt unterbricht mich dieser dämliche Ansage. Willkommen! To the LPGC! Mit Franky! Und ich, Shimoru! Und, Crysis 3! Lang lang ist's her. Ah, nein, ich hab doppelt nicht gemacht, jetzt hab ich die Waffe aus... Ja, wow. Longest round ever. Hm, ja. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ne? Endlich mal wieder Crysis 3. Ihr habt's euch... Ihr habt's euch doch gewünscht. Okay. Ja, schön. Ja, haben wir das auch mal gesehen. So, dann haben wir wieder Zeit. Ja, also... Ich möchte wenigstens 500 Views auf diesem Video haben. Sonst kommt kein neues Crysis Video. Gut, währenddessen lerne ich meine russische Vokabel weiter. Heute ist dran... Iskat. Ja, was heißt das? Da steht IS. So ein Abustrovkat. Also, so wird's ausgesprochen, laut Lautschrift. Heißt Suchen. Und Poisk heißt die Suche. Poisk, klar. So, ich kann jetzt schon Taxi. Ich kann Tchotcha, das heißt Tante. Also Taxi heißt Taxi. Und dann gestern hatte ich Dien und das heißt Tag. Ding. Ja. Mann versteht's. Ja. Ja. Schon. Ein bisschen. Ey, schon drei russische Wörter. Immerhin. Lord Niob hat mich eingeladen. Liebe Grüße an Lord Niob an dieser Stelle. Aber ich kann grad nicht annehmen, weil ich keine Ahnung mehr hab, wie das in Crysis geht. Ich glaub, er hat mich grad auch eingeladen. Soll er einfach in unser Squad kommen, oh Gott. Dab dadadum. Typhoon. Wiii. Nehmen wir mal die Schodei, nein, nehmen wir mal die Feline. Ich glaub mit der Feline sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Guck mich an. Wiii. Wiii. Ich bin nie bei dieser Schuhe. I'm coming! Ach, ich muss ja Armour-Mode anmachen. Jane! Ab ihn! Oh Gott, hier um ist ein Armour-Mode. Ich hab dieses Spiel... Ah, ich hab diesen Armour- und Stealth-Mode ganz vergessen! Ich bin grad einfach so rumgerannt, so lalala! Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach! I see a shit! I don't hit a shit! Oh, ein Hoch auf die Feen-Line! Du warte jetzt mit der... Oh Gott, ich wollte gar nicht mit dem was super schießen. Ahhhh! Killing, killing! Ahhhh! Hallo! Hey, ich kann was aktivieren! Bam! Hey, lass mal so'n Schilderling. Ah, ich krieg hier keinen. Ich bin zu schwach für den Schild. Ah! Haha! Wie wirft man den nochmal mit links, gell? Ja, links ist hier nun werfen. Oh, da ist ein Sniper! Ob ich ihn treffe? Ähm... Auf einmal fliegt ein Schild irgendwo durch. Fuck! Vor allem, er hat das Schild abgeschossen, gell? Ach, vielleicht kriegen wir von oben oder so. Oh, Pod's becoming unstained! Ah, oben, oben, oben! Ich will jetzt diesen Sniper haben! Wie elf Assist, wie keine Ammo mehr! Scheiße! Hammer Time! Ah ne, ich hab ja grad den Nova! Die OP ist der Wache des Spiels! Aber ich treffe auch mit ihr nichts! Ah, Pinch rifle! Ich bin so eingerostet, das ist abnormal! Ja, gell? Hinter dir, hinter dir! Welches hinter mir?! Welches hinter mir?! Ah! Ah! Vor dir! Hä? Ich bin grad vor mir! Ah! 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 Da oben ganz viele! Ah! 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 Ich hab'n Gamma Burst! Ah! Ich hab'n Gamma Burst! Ah! Ich will nicht viel ein! Change Equipment, change Equipment! Obwohl die hat mir eigentlich nach gut! Wo mach' ich denn mein Gamma Burst? Fuck! Das schreit sich so spannend! Nein! Er hat einen von selbst platziert! Oh! 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 Da ist einer mit Treffen! Rastig! Dass da so ne Zeitmitrektion gibt! Wie, what, no effect! Da ist rechts einer! Komm' gleich rein! Theoretisch! Wir sollten zur Schmote gehen! Ach! Stimmt! Da war ja was! Das ist ja gar kein Deathmatch! Ah! Ah! Da ist noch einer langgelaufen! In die andere Richtung gerade! Wie, da war noch einer? Ja, ja! Der ist nach dir vorbein gelaufen! Ah! Da steht er! Wir würden gerade hier in den Raum-Modus rumgeräumen! Hast du Mutti in dir, ne? Scheiße! Natürlich habe ich keinen Mutti! Ich bin nicht im Battlefield hier! Warte, ich glaube ich muss das Game mal leiser stellen und dich lauter! Uuuuh! Ihr seht Leute, sehr professionell heute wieder! Ah! Ah! Er war da unten! Ich habe ihn nicht gesehen! Scheiße! Es liegt einfach daran! Ah! Ist ja voll am Eskalieren hier auch gerade! Aha! Das finde ich schön! 9-2 geht doch bei Abwehr dir! Okay! I'll take it! Oh! Da liegt eine Waffe rum! Nehme ich! I'll take! Was hat denn der für ein Visier drauf? Ist das so ein Schuchtel oder was? Und wer hat den hier gerade erschossen? Ah! Da liegt eine Viele einen rum! Out of a bed! Ja! Ihr wolltet Crysis! Jetzt kann ich aber gerade, wenn ich nicht Panik habe, schießen! Äh! Reden! Der kleine aber feine Unterschied! Deshalb laufen meine Friedensgespräche auch immer so scheiße! Weil ich immer sprechen mit Schießen verwechseln! Bam! Dead air! Gauss! Nein, danke! Ja! Die Guides waren ja ausgelaufen! Jetzt mussten wir mal ein bisschen... Ausgelaufen! Hast du dir einfach nicht richtig zugemacht? Was hab ich? Hast du dir einfach nicht richtig zugemacht? Ah! 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 Schmerz! Ah! Ah! Ich will immer Q zum Spotten drücken, aber Q hat hier eine etwas andere Funktion! Oh! Dämliche Hochgreif-Animation! Oh! Was hat der für eine Waffe? Ich will seine Waffe! Hab ich damals mit 800 CV eingespielt? Nee! Das kommt mir alles so spannend! Ich weiß gar nicht, was ich für eine Waffe grad hab! Oh! Ich hab wieder mal einen... Orbital Strike gesehen! Oh! Ich glaub ich hab mir grad einen Orbital Strike auf den Kopf gesetzt! Wenn ich jetzt wegen dir sterbe, ey! Oh, das ist gut! So, wo ist der nächste Shot, ey? Zero kills! Ich kann mich an dem Raum nicht orientieren! Wo... Okay! Wo kommt denn die Granate jetzt her? La la la! Wie, wat, enhanced radar? Oh, da ist ein Böser! Oh, oh! Da ist ein Böser! Er hat mich gesehen! Ich ihn auch! Ich glaube, er wird mich umbringen! Wo ist er denn? Dann zwei! Oh my god! Ach, ich war immer objective! Wie hab ich denn das geschafft? Woo! Ja, Leute, ihr seht vielleicht etwas mein Skill eigenrostet, aber tut mir jetzt leid! Geht doch ab! Ich hab's langen... Echt jetzt? Also wie lange haben wir nicht mehr gespielt? Bestimmt... Zwei... Monate... Ja... Zwischendurch kam halt das Real Life... Ah, mit Zielen ist gar nicht so einfach! Zwischendurch kam das Real Life... Hinter so einer Kiste... Dann kam... Battlefield 4! Ja! Äh... Das macht... Ne riesen Gaudi... Oh, da kommt ein Böser Laser! Kann ich euch nur empfehlen, holt euch dieses geile Game! Oh, da gibt's... Da ist ja so ein... Hm... Ne, wie macht man nochmal so ein Gerät ab? Ach, Maus 3 zum Abmachen! Ach ja! Ich hab ja keinen Melee-Angriff mehr! Weil ich mir den Melee-Angriff auf eine sehr dämliche Taste gelegt hab! Und das nur geht während mein Treiber funktioniert! Und natürlich funktioniert mein Treiber grad nicht! He! Ich lauf in Stealth mit nem Galiba-Wuff-Sich-Punkt! Wir müssen diese Runde gewinnen! Wenn wir schon eine aufnehmen und so spielen, müssen wir auch wenigstens gewinnen hier! Wo muss ich hin zum gewinnen? Orientiere ich oben einen Raumschläftsliegter! Den abschießen, oder? Nein, der droppt jetzt die Schote! Ich hab den trotzdem abgeschossen! Er wird mitten bei diesem Lager, wo immer alle... One-Shot-Sniper-Kill-Schlampe! Okay! Um die Ecke hat er mich erschossen! Ja, das ist geil! Ich stehe an! Ach da! Ach da! Ports down! Und ich lauf gegen eine Tür! Das unüberwindbarste Hindernis, wenn man einen Nanosuit anhat, ist die Tür! Huiiii! Staub, oder was? Nein! Hängen geblieben! Da kommt einer von hinten! Habe ich ihn nicht so einen Krieg? Nee, ne? Ich glaube nicht! Habe ich ihn auch nicht! Ich hab Punkte angezeigt bekommen, das war glaube ich nur dafür, dass ich hier stehe! So, jetzt können wir von hinten alles wegfarmen, die jetzt der Schotterin! Können wir? Ich stehe noch! Der eine sagt, Jesus help me! Was hab ich für Granaten dabei? Egal! Einmal mal schmeißen! Da oben steht einer drin, hab ich noch eine Granate? Nein, natürlich nicht! Ach, Laserfeline ist schon... Hrrr, stopp! Ne geile Sache! Halleluja! 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 Nein, ich muss noch lang! Ja! Crap! Macht er doch wieder erstaunlich viel Spaß, muss ich sagen, im Spiel! Ja! Und? Dadurch, dass ich die... eine... Platte gerade gelöscht... ...gelöscht hab... ...geleert hab, kann ich es sogar gerade flüssig aufnehmen! Mann! Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Da ist er! Hier oben ist er auch irgendwie einer! Hab ich ihn! Okay, nein, er steht auf dem Dach! Von wegen du hast ihn! Ach, da oben! Uh! Jetzt hab ich ihn! Snacker, du! Natürlich! Schotten hier sieht wieder gut aus! Ich hab Maximum Radar! Ah! Hinter mir ist einer! Hinter mir ist einer! Hinter diesen ganz viele, ich würde da nicht lang gehen! Ich hatte nicht mehr wirklich eine Wahl! Ah, die Feline! Ich weiß, warum ich mir die Klasse damals sah! Hey! Gewonnen! Alter! Schön! Aber ich bin nicht bester! Nice! Du bist bester! Also der wertvollste Spieler! Ach ja? Ah, geil! Guck mal, wir haben fast die gleiche KD! Lol! Nice! Ich glaub ich! Das ist ja krass! Ja! Äh! Noch ne Runde oder? Belassen! Wir wollen jetzt hier nicht so lange ziehen! Genau! Vielen Dank für euer Interesse an Crysis 3! Wenn euch das gefallen hat, dann sagt es uns! Wir können gerne nochmal so ne spontane Runde spielen! Guide-mäßig sieht's halt schlecht aus! Es wurden keine neuen Waffen reingepatcht! Es wurden keine neuen Spielmodi rausgebracht! Äh! Ja! Ne! Und mit diesem EP-Bildschirm verabschieden wir uns von euch! Wir hoffen es hat euch gefallen! Und wir hoffen die Aufnahmen sind nicht kaputt! Bis dann! Tschüss! Jo!